Servus Leute und herzlich Willkommen zurück bei Pokémon Blut. Wir werden heute den Lavandea-Turm machen. Hoffe ich mal, dass wir den auch schaffen. Die geilste Melodie ever. So, wir nehmen uns gleich mal hier schön einen Superschutz reinballern. Helfe 200 Schritte. Gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir. Okay, können wir hier laufen? Natürlich nicht. Das finde ich schade, dass wir nicht laufen können. Hier können wir wieder nicht laufen. Ich habe keinen Bock gegen die Pokémon hier zu catchen. Wir könnten natürlich einmal unseren Rasa nach vorne stellen, um einen Kampf vorzubeugen. Die meisten können sich schon denken, was jetzt kommt, wenn Rasa vorne steht. Das wollte ganz groß verlieren. Ganz großes Pokémon, muss man schon sagen. Okay. Wir gehen über. Wir müssen unsere Pokémon nicht heilen. Die sind geheilt. Und... Wir müssen jetzt eigentlich schon im letzten Stockwerk sein, oder? Genau. Verschwindet ein Ding. Ja. Wir sind jetzt hier. Wir sitzen das Silph Scope. Das Silph Scope hat den Geist identifiziert. Pfff, Knogger. Können wir Knogger fangen? Ist die Frage. Ich glaube nichts. Das ist das Silph Scope. Aber ein bisschen... Aber ein bisschen... Wärst du dann fast schon her, oder? Was mein Gehirn... Das ist nicht so gut. Machen wir mal einen Durchbruch. Das ist fast schon her nützlich. Oder? Ein bisschen mehr. Machen wir mal die Knogger an. Was ist das? Stopp! Kann man den Knogger facken können? Oh, jetzt mal Knogger oder jetzt Hände? Egal. Können wir noch mal in Richtung? Faultwerfer vielleicht? Nee. Geschwächt haben wir das Ding jetzt... ...gesucht. Probieren wir das einfach mal. Weil... So... 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 Das ist... Ball ausgelegt. Wie toll ist das so? Ja, ich will dieses Pokémon einsetzen. Welches Pokémon braucht man noch in P ist? Geh mal einfach ein Täubchen ins Pokémon. Mach einfach einen Flügelschlag. Ich beende den Kampf mit mir. Zack! Oh, meine IP ist geschenkt fast. Der Geist war die hastlose Seele der Mutter eines Tragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie sind das Jenseits eingekehrt. Toll. So, jetzt sind wir ganz oben. Jetzt ist so die Frage, was machen wir? Ja, ja, ich weiß. Ich bin Pussy. Ich muss meine Pokémon wiederbeleben. Juck mich nicht, Leute. Der Rasa wird jetzt eh nicht mehr weiter kämpfen. Schließlich ist Rasa von Level 32. Täubchen wird an die Front verschickt. Soll als nächstes 32 werden. So, Rocket. Was willst du... Warum bist du hier? Was bin ich wohl hier? Was meinst du denn? Was meinst du denn, Kumpel? Was meinst du denn, warum bist du hier? Dein Zubat zu erledigen? Ja. Ja. Nur deswegen bin ich hier. Nur um dein... Nein, ich kriege dich aber echt zu dir. Das war echt nicht notwendig, Zubat. Deswegen... Stiff. So, 288 EPs. Gleich zu viel. Wow. Danke, dass du es übertreibst, Zubat. Danke. Ich glaube, ich bin nicht mehr verwirrt. Das war gut. Auch wenn ich weiß, dass sich das gleich ändert. Oh nee, doch nicht. Machen wir es nochmal. Zack. Das Täubchen ist nicht gerade schwach. Gott sei Dank. Als nächstes mit einem Grollband eingesetzt. Das ist jetzt... Das ist schon top. Das gibt 4 EPs. Das freut mich auch. Das ist auch ein Lügelschlag ein. Das mach ich mal auch. Einmal weil ich es kann. Und der macht jetzt etwas, was mich anfasst. Der setzt einen Superschall ein. Und wenn ich jetzt die Fülle treffe... Ich muss mich schon krass zusammenreißen, dass ich jetzt nicht auskrasse. Täubchen ist tot. Täubchen ist noch nicht tot. Aber jetzt gleich. Weil Täubchen sich selbst umlegen. Fuck. Das pissen mich gerade so an. Da kriegst du so krass einfach einen Donnerblitz ins Gesicht. Ja, Mann. Das waren so wertvolle 915 EPs. Das werde ich dir nie vertrauen. Das interessiert mich nicht, ob du mir verzeihst oder nicht. Weißt du das? Was ist das? Jetzt muss ich schon wieder ein Beleber einsetzen. Na ey, wo bin ich denn? Ja, jetzt komm, laber mich nicht voll, ey. Weil leck mich doch ein Fett und Sack, ey. Es gibt doch wohl nichts. Egal. Nächster Kampf. Da war so ein alter Knacker, der behauptet das. Wir würden Pokémon quälen. Willst du meine Meinung hören? Nein. Ich will, dass du dein Mauler jetzt geschlagen musst. Zack, weg mit dir. Smorgon. Ja, das könnte ich ihn hauen. Einfach mal ein Täubchen. Das könnte jetzt das Level 32 für unser Täubchen werden. Außer Täubchen wird es vergiftet. Was ist denn? Ich beschwör mir aber auch immer den Täubchen da ran. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie absichtlich passiert. Irgendwie läuft es halt nicht so gerade. Also auch nicht so rum. Ja ne. Also ich weiß auch nicht, was ich dem Spiel gemacht habe. Dass man mein Täubchen immer so quälen muss. Aber anscheinend. Das muss das nicht. Wir werden ein Täubchen jetzt einfach drin lassen. Jetzt kriegt Täubchen nur kurz ein bisschen Gift. Austauschen gegen unsere Fackel. Und unsere Fackel wird den Kampf beendet. Die Konfusion. Geht schon. Gibt mir nicht so weh. Wir werden hier ein bisschen aufräumen müssen. Ich geh mal her! Wenn ich etwas hasse. Das ist der Fakt, dass meine Poké Gui machen. Ich vergib mich nicht. Es gibt nichts Schlimmeres für mich als das da. Der Status-Effekt-Dift ist für mich der allerschlimmste von allen. Ohne Scheiß. Es gibt nichts, was mich mehr am Füßt als ein Kind. Oder Volltreffer. Das macht mich noch mehr wach. Das macht mich einfach rasen zu was. Es muss zwei Pokémon heilen, was gibt und zweimal Super-Trainings benutzen. Aber immerhin ist Täubchen um 32 gewonnen. Bitte, lasst mich hin. Dann hat es wenigstens einen Sinn gehabt. Pokémon sind nur zum Geldverdienen gut. Halte dich aus unseren Angelegenheiten raus. Junge, ihr müsst noch echt viel lernen. So, ein Super-Trainings ist geused. Bei Täubchen können wir sogar mittlerweile mehr als ein Super-Trainings. Uns sind so viele sicher. Aber ein Täubchen braucht ein Gegengift. Ein Fackel braucht ein Gegengift. Seht ihr? Wenn man gegen Team Rocket kämpft, ist das eigentlich ein ziemlich guter... ...ne tolle Sache einfach. Sich Tränke gekauft zu haben und so. So. Du wirst niemanden retten. Ich rette wenig Spaß. Das ist nicht verstanden. Du gibst dir ja wohl nichts zu meins. Das ist toll. Super. Der meint. Dann gibt es heute Fledermaus-Modage. Zeig dir. Wobei Steinhardel müsste dann... ...müsste eigentlich Leute, dass es so schlecht ist, wie es wird. Zubat. Wenn er viermal Zubat hat, dann bin ich echt... ...begeistert von seiner... ...kunst. ...des Campens. ...zeig dir. ...nicht die Worte. Ich bin echt beischt. ...das... Als ich weg quelquefache... ...zureig dir. ...kümle dir. Ähm... ...aber, das ist schon etwas mehr. ...des schon... ...es schon... ...wann... ...bast-segernig wieder. ...überleben. ...meiß mich sogar als erstes an... ...uber das könnte gut überleben. ...wass immer schon weзд. aber das war dann wohl doch Tja, Adepicht ganz klein radikal Das wird mein Level Up sein Hopp nicht Jetzt kommt schon radikal Du bringst immer so viel mehr PSC, oder? Vollkörper Das ist nicht gesund, dass der Vollkörper macht Das ist natürlich geil Das ist natürlich ganz normal Das ist ganz normal Zack Und ein Level Bitte Yes 4 Level noch, Leute Leg dich nicht mit dem Team Rocket an Sonst was? Passiert das wie jetzt? Du wirst nicht ungestraft davon kommen Das sehe ich aber anders, meine Kleinen So Mr. Fuji, was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin frei mit Kio Ich kam her, um die Seele von Tragossus Mutter zu beruhigen Die Seele des Knorger sollte nun in die ewigen Jagdrunde eingekehrt sein Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich Ich spreche ihn mal an Ich spreche ihn mal an Brandy Du kannst deinen Pokédex nicht vollenden Wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst Dies würde dir bei deinem Abenteuer helfen Die Pokéflöte Die Pokéflöte Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokémon-Flüte hören Du kannst damit alle schlafenden Pokémon weg Geil Toll Ich kann jetzt schlafende Pokémon weg Wir werden uns jetzt in Richtung Vierter Orden begeben Ich hab die Stadt wieder immer noch nicht im Kopf Ach der Schutz hat bis jetzt eben gewirkt Top Eigentlich ein Superschutz Aber hier haben wir eine gute Trainingsmöglichkeit Viele Trainer auf einem Fleck Das heißt der Kampffahnder Da erwischt die alle auf einmal Wir kommen sogar durch Geil Ne was ich sagen wollte Hier wäre schon wieder Team Rocket Das pisst mich eigentlich voll an Dass wir so viel Team Rocket zu erledigen haben In diesem Spiel Oben können wir noch Kampf Pokémon kriegen Und wir haben noch so viel zu tun Leute Da geht es glaube ich rein in den vierten Ron Und Und Ja Bevor wir das machen Dann werde ich den Part hier beenden Wir stehen jetzt davor Und Hiermit verabschiede ich mich von euch Leute Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschau